Wenn du auf der Suche bist nach einer Farbe, um deine alte Holzdecke weiß zu streichen, ohne sie abschleifen zu müssen, dann pass gut auf. Denn in diesem Video werde ich dir alles erzählen, was relevant ist, damit du deine alte Holzdecke weiß streichen kannst, ohne sie abschleifen zu müssen. Denn gerade bei einer Holzdecke gibt es einige Dinge zu beachten, damit du einen einfachen, angenehmen Anstrich machen kannst. Wenn du das allerdings nicht weißt, diese Information, kann es super anstrengend werden. Warum? Weil eine Holzdecke natürlich nach oben gestrichen werden muss und das kann unfassbar anstrengend sein. Aber mit den richtigen Informationen, den richtigen Produkten und den richtigen Tipps wird dir das sehr gut und auch einfach gelingen. Und dafür ist dieses Video. Kurz zu mir, mein Name ist Fim Fleischer, ich bin Gründer von Farblöwe. Wir sind vermutlich die modernste Brand im deutschsprachigen Raum, wenn es um das Thema Farben und Lacke geht. Und was wir mit diesem YouTube-Channel hier erreichen möchten, ist, dass wir dir nicht nur alle Produkte schnell, günstig, in einer riesigen Auswahl nach Hause liefern, sondern auch noch alle Informationen, die du brauchst, damit dein DIY-Projekt ein geiles Projekt wird. Und damit wir deine alte Holzdecke jetzt weiß streichen können, ohne sie abschleifen zu müssen, starten wir rein. Grundsätzlich einmal, welches Produkt benötigst du? Wir empfehlen hier ganz klar unseren Bootslack, ich werde ihn hier einmal einblinden, von Hamburger Lackprofi. Warum dieser Lack? Dieser Lack ist unfassbar hochdeckend, wie wir immer sagen. Also selten ein hochdeckenderes Produkt, vergleichbar gesehen, wie dieses. Und warum ist es so wichtig, einen hochdeckenden Lack für diese Arbeit zu benutzen? Und zwar, wenn du nur wenige Anstriche machen musst. Und mit diesem Lack maximal ein bis zwei Anstriche. Wir haben dir auch eben ein Video eingeteilt, äh, ein Video gezeigt, wo wir mit dieser Farbe eine Holzdecke weiß gestrichen haben. Und dieser Lack ist so hochdeckend, dass du nur ein bis maximal zwei Anstriche benötigst, damit dein Ergebnis geil wird. Und da auch der erste Tipp natürlich, dass du auf einen hochdeckenden Lack achtest. Dann auch, der zweite Tipp ist, dass du darauf achtest, dass du einen Lack benutzt, wo du keine Grundierung benötigst. Weil sonst musst du mindestens doppelt so viele Anstriche machen. Und dieser Lack, der Hamburger, der Bootslack von Hamburger Lackprofi ist genauso ein Lack. Du benötigst es nicht, also den Untergrund nicht anzuschleifen. Und du benötigst auch keine Grundierung. Das Einzige, was du machen musst, und das ist sozusagen bei der Vorbereitung wichtig, dass du den Untergrund reinigst. Am besten mit einem Entfetter oder dem Pro-Tip mit der dazugehörigen Verdünnung 700 hier. Ich werde sie dir einmal einblenden. Die kannst du benutzen, um den Untergrund zu reinigen. Was du auf keinen Fall machst, ganz, ganz wichtig, das ist ein universeller Tipp, oder wichtig zu beachten ist, dass du keine Seife nutzt, um den Untergrund zu reinigen. Denn Seife sorgt dafür, dass der Lack nicht haftet, damit er abplatzt. Das ist auch ein typischer Fehler, der passiert, wenn der Lack abplatzt. Dann wurde nämlich meistens mit einem seifenhaltigen Reiniger verwendet. Ganz wichtig, merke dir das für immer, wenn du Untergründe reinigst und sie mit Lack lackieren möchtest, nutze niemals einen seifenhaltigen Reiniger. Am besten einen Entfetter aus dem Handel oder unsere Verdünnung. Was brauchst du noch? Wir empfehlen natürlich das Zubehör X300 hier. Ich blende es dir einmal ein. Das ist ein hochwertiges Lackierwerkzeug. Preislich genauso günstig wie im Baumarkt, sage ich mal, aber qualitativ hochwertiger. Damit kannst du ganz einfach die Decke streichen, sehr gleichmäßig. Und was du auch noch machen könntest, ist sozusagen dir einen Teleskoparm zu organisieren, mit dem du dann sozusagen die Decke streichst. Das macht das Ganze nochmal ein bisschen einfacher. So, das war jetzt erstmal alles zur Vorbereitung. Wie gesagt, du brauchst keine Grundierung und du brauchst den Untergrund nicht anschleifen. Das spart dir Zeit, Geld, Arbeit. Dein Körper würde es dir danken, weil es ist schon unfassbar anstrengend, die ganze Zeit nach oben zu streichen oder Decken zu streichen. Wie gesagt, mit diesem Lack absoluter Gamechanger. So, was hast du noch zu beachten? Grundsätzlich solltest du bei der Trocknung darauf achten, dass du immer drei bis acht Stunden zwischen den einzelnen Anstrichen wartest. Je nachdem, ob du ein oder zwei Anstriche benötigst, das musst du natürlich auch so ein bisschen schauen, wie sozusagen der Lack und der Untergrund sich verträgt. Aber meistens ist es so, dass du einen, maximal zwei Anstriche benötigst. Und dass du zwischen den Anstrichen drei bis acht Stunden jeweils immer wartest. Und wir empfehlen dir auch ganz klar immer, dünne Anstriche zu machen. Das hat den Grund, weil wenn du zu dicke Anstriche machst und der Lack dann nicht trocknet beispielsweise, dann hast du sozusagen eine zweite Lackschicht über einer noch nicht getrockneten Lackschicht. Und das kann Probleme führen. Das kann sozusagen dafür sorgen, dass der Lack nicht gleichmäßig aufgetragen ist. Deswegen achte da drauf, dünne Anstriche und gleichmäßige Anstriche. Was aber mit dieser Farbe sehr einfach zu machen ist. So, und was noch? Das war's. Im Großen und Ganzen war es das eigentlich. Trocknungszeiten beachten, gut lüften ist auch zu empfehlen in den Räumen. Damit auch eine Trocknung passiert, sollte es zu Trocknungsschwierigkeiten kommen, dann liegt es meistens daran, dass die Luftfeuchtigkeit aktuell zu hoch ist, beziehungsweise im Raum oder in der Umgebung, wo du bist. Bedeutet, warte dann lieber ein bisschen länger. Der Lack wird auf jeden Fall trocknen. Nur manchmal kann das natürlich sein, dass die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist und dann Lacke per se nicht so gut trocknen können. Hier empfehle ich dir auch ganz klar, achte darauf, dass du einen lösemittelhaltigen Lack nimmst. Warum? Weil dieser hält länger. Bedeutet, unsere Farben, wir sagen immer, drei bis fünf bis zehn Jahre, hast du Ruhe, wenn du streichst. Gerade im Innenraum, aber auch außen. Sie sind UV-beständig, sie sind schnell trocknend und so weiter. Und das sorgt dafür, dass sie langfristig halten. Während wässrige Systeme meistens alle ein bis zwei Jahre nochmal neu gestrichen werden müssen. So, das war erstmal alles Grundsätzliche, was du auch noch wissen solltest. Wir würden uns freuen, oder ich würde mich freuen, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben gibst. Wenn du unseren YouTube-Channel abonnierst und einen Kommentar in der Kommentarsektion hinterlässt. Das hilft nämlich uns und dem Algorithmus, dass wir diesen YouTube-Channel zum Wachsen bringen. Des Weiteren, wenn du Fragen hast, kannst du sie nicht nur in die Kommentarsektion schreiben, sondern du kannst auch noch unserer Facebook-Community beitreten. Du erhältst sogar einen 5%-Gutschein. Ich werde dir alle Links, die relevant sind, einfach unten in die Beschreibung tun, damit du alles findest, von den Produkten bis hin zum Zubehör, bis hin zur Facebook-Community, wo du einen Ort hast, wo du dich austauschen kannst mit Leuten, die ebenfalls DIY-begeistert sind, die dich dabei unterstützen, dir Rat geben. Und du kannst auch anderen Leuten Rat geben. Und auch von uns wirst du betreut dort. All deine Fragen werden beantwortet. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen. Das war's. Ich hoffe, ich konnte dir alle Informationen an die Hand geben, die du brauchst, um dein DIY-Projekt vollumfänglich und geil umsetzen zu können. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche dir Good Luck. Ciao.